Gestern haben Sie den Panther gesehen oder vermutlich gesehen. Können Sie mir noch mal schildern, wie das war? Ich nehme das an, dass das war. Ich bin von Basel, um zu arbeiten, von der Nacktschrift nach Hause gekommen. Ich bin um 20.00 Uhr am Morgen vor dem Auto. Und nachher wollte ich rein und meine Frau hat mich rausgeschlossen und hat eine Schlüssel bei ihnen ausstecken und mit zehnmal rufen. In dieser Zeit bin ich zum Auto abschliessen. Und nachher kommt ein schwarzes Viech mit einem grossen Augen. Also einfach etwas, das ich noch nie gesehen habe. Weiss ich was, ein Fuchs war es ganz sicher nicht. Er rennt durch das Grosse, mir vorbein und dort in die Richtung, richtig Pieserach. Und das Tier, das ist grosse und wirklich schwarz. Und ein Fuchs ist ja braun. Sorry, ein Fuchs ist braun? Ein Fuchs ist doch rot. Und das ist doch so.